Guten Tag! Ich möchte gerne einen neuen Ausweis beantragen. Natürlich, dafür brauchen Sie ein paar Unterlagen. Haben Sie Ihren alten Ausweis dabei? Natürlich, dafür brauchen Sie ein paar Unterlagen. Haben Sie Ihren alten Ausweis dabei? Ja, hier ist er. Danke! Und haben Sie auch eine aktuelle Meldebestätigung? Ja, die habe ich auch. Hier ist sie. Ja, die habe ich auch. Hier ist sie. Sehr gut! Dann brauchen wir noch einen Passfoto. Haben Sie eines dabei? Sehr gut! Dann brauchen wir noch einen Passfoto. Haben Sie eines dabei? Nein, leider nicht. Kann ich das vor Ort machen lassen? Nein, leider nicht. Kann ich das vor Ort machen lassen? Ja, das ist kein Problem. Wir haben hier einen Fotografen, der Ihnen ein Passfoto machen kann. Super, das wäre toll! Super, das wäre toll! Gut, dann füllen Sie bitte noch dieses Formular aus. Und bringen Sie es zusammen mit den Unterlagen. Und dem Passfoto wieder hierher. Gut, dann können wir den Antrag bearbeiten. Gut, dann füllen Sie bitte noch dieses Formular aus. Und bringen Sie es zusammen mit den Unterlagen. Und dem Passfoto wieder hierher. Dann können wir den Antrag bearbeiten. Okay, ich werde das alles morgen wiederbringen. Vielen Dank für Ihre Hilfe! Okay, ich werde das alles morgen wiederbringen. Vielen Dank für Ihre Hilfe!